Hallöchen, hier zu KONDOSMO7 mit dem Dodge Charger SRT Hellcat. Hier zeige ich euch eben die Einstellungen. Mal so ganz kurz. Quatsch, dauer die hin. Und dann geht es zur Hyperkapparate Trial Mountain Circle. Fünf Röhnchen mit anschließendem Replay. Die gleiche Strecke kann ich auch noch fahren als American Clubman Cup 700. Die lasse ich dann natürlich weg. Weil das auch keine Streckenvariante ist. Hier ist dann praktisch das gleiche im Team. Schöne grase Karre. Schöne grase Karre. Untertitelung des ZDF, 2020 Fast 330 Sachen hier auf der Graben, das geht noch schneller, aber davor muss es nicht länger gerade ausgehen. Spannende Musik Spannende Musik Ein kleines bisschen Autoscooter. Spannende Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020